Weihnachten von Franz Grillparzer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Am heilgen Christtagabend den Kindern man beschert. Da ist dann eitel Freude an Wägelchen und Pferd. Am heilgen Christtagabend, obgleich ich längst kein Kind, hat man auch mir bescheret, gut, wie die Menschen sind. Man gab mir einen Kummer, man gab mir eine Qual, die tief am Leben naget, das längst schon geht zu Tal. Man gab mir die Gewißheit, mein Streben sei verkannt und ich ein armer Fremdling in meinem Vaterland. Man hat beim nahenden Winter genommen mir das Nest und hieß mich weiterwandern für meines Lebens Rest. Doch ist's der Lauf der Zeiten, ein Trost nur stellt sich dar, bin ich auch nichts geworden, ich blieb doch, der ich war. Ende von Weihnachten von Franz Grillparzer Gelesen von Claudia Salto Gelesen von Claudia Salto Gelesen von Claudia Salto